Und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed the Brotherhood in der nächsten Aufnahme, die auch gleich mit dem Amor gelaufen im Controller beginnt. Ich entschuldige mich, hatte ich so schnell dafür, dass die letzte Aufnahme so spontan geendet hat, aber ich war irgendwie ein bisschen durch und hab dann einfach irgendwie gesagt, es geht nicht mehr und hab einfach schnell auf Aufnahmepause gedrückt, bevor ich noch mehr, keine Ahnung, was auch immer. Ich war auf jeden Fall irgendwie nicht ganz bei der Sache und hab dann irgendwie die Aufnahme abgebrochen, weil, bevor ich hier Schwachsinn verzapfte, ich hab in der Woche so viel aufgenommen, dass einfach irgendwann so ein bisschen die Luft raus war. Jetzt war ich vier Tage in Urlaub und jetzt geht's an dieser Stelle hier weiter. Hui, das sieht ja geil aus. Deckung, Leonardo. Sieht auf jeden Fall... Sieht auf jeden Fall... Unbedingt. Könnte aber auch ziemlich heiß werden, wenn ich mir das anguck. Wie erleuchtend. Sehr lustig. Sieht auf jeden Fall episch aus, was wir hier machen. Hat so ein bisschen was von... Ich weiß nicht, ich hab dir mal Darksiders 2 gespielt. Darksiders 2, wo man... sich als Tod über diese Lava-Schluchten hangelt. Daran hat mich das gerade voll erinnert. Allgemein an Darksiderspiele, kann man sagen. Erinnert einen das hier? Vom Stil. So, ich springe gerade einfach nur meiner Intuition folgen. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Wie gesagt, diese... Nee, in DLC ist es ja gar nicht. Diese Leonardo-Missionen hier sind mir selbst völlig fremd. Ich habe die noch nie gespielt. Und ich wusste, bis ich die hier im Spiel aktiviert habe, noch nicht mehr, dass sie existieren. Von daher... Ne? Irgendwie mystisch, was wir hier machen, gefällt mir. So, die Hälfte haben wir. Dann ist das scheinbar der Weg der Wahl. Das ging mir ein bisschen sehr einfach, oder? Sehr einfach, wie ich finde. Das wäre Nummer 3. Ich bin da mal gespannt, was wir hier am Ende finden, beziehungsweise bekommen oder sowas. Also, irgendwie eine coole Montur oder sowas wäre geil. Irgendwie so eine epische Rüstung oder sowas. Das würde mir sehr gefallen. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Hm, ich denke, hier müssen wir links. Also, ja. Ja, gut. So, und Nummer 4 ist da hinten. Heißt, so, 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 so und so. Et voilà. Das ging ja, das ging ja doch einfacher als gedacht. So, jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt passiert, ey. Geil aussehen tut's und da passiert irgendwas. Die Einheit ist erreicht, aber die Tür öffnet sich nicht. Sehr merkwürdig. Gucken wir uns doch mal an das Ganze. Wahrscheinlich noch irgendein Rätsel oder sowas. Sieht ein bisschen aus wie irgendwas von den Vorläufern. Ja, kennst du die Symbole? Nein. Warte. Das sind die Symbole, die mir damals der Edenapfel gezeigt hat. Ha, ich wusste, es gibt eine Verbindung zwischen dem Edenapfel und dem Schatz hier. Wenn ich sie neu ordne, fertig. Ah, jetzt passiert was. Das hätte ich jetzt auch noch hingekriegt. Ui, sieht das mystisch aus. Ich kenne diese Architektur. Wir kennen sie auch. Ui. Es ist nichts Pythagoräisches. 43, 39, 19, N, 75, 27, 42 und W. Nichts. Der Hermes-Kult irrt sich. Die Zahl bedeutet gar nichts. Für mich klingt das nach Koordinaten. Keine Zahl kann die Welt heilen. Komm, mein Freund. Ich brauche ein Schiff nach Navarre. Ich muss das mit Chesa. Das richtet sich nicht an uns. Ed's Junge. Was verschweigst du? Woran arbeitest du sonst noch? Nun, ich habe einige Obduktionen durchgeführt. Und König Ludwig XII. scheint mich als Ingenieur anheuern zu wollen. Oh ja, und ich denke daran, dass verbrannte Johannes-Geläge nachzumachen. Solai würde wieder Modell stehen, versteht sich. Und vielleicht werde ich Frauen mit Kindern studieren, um zu sehen, wie sich ein Körper verändert hat. Wiederhergestellte Sequenz beendet. Bisschen unspektakulär, das Ende. Aber ich vermute, das ist eine Anspielung darauf, dass das wieder Koordinaten für Desmond sind. Ed's Junge hat sich ja geblickt. Er wusste es ja schon aus Ende Assassin's Creed 2, dass es was für Desmond ist. Und jetzt denkt er sich, okay, das geht wieder an Desmond hoch. Brauche ich mich gar nicht drum kümmern. So, mal gucken. Desmond, dank dir haben wir gefunden, wonach wir gesucht haben. Lucy hatte recht, was Ed's Edenspielte angeht. Er hat uns durch Leonardo da Vinci seine Geheimnisse offenbart. Du hast uns wertvolle Zeit gespart und davon haben wir immer weniger. Bitte erzähle Lucy und Sean nichts von deinen Deckungen. Unsere Sicherheit hängt davon ab. Ich muss jetzt gehen, aber wir werden uns bald treffen. WM. Okay. Scheibe ging es hier tatsächlich um die Position eines Weinen von Edenapfels. Beziehungsweise um die Position von Ezios Edenapfels. So. Wir sind zurück in Roma. Wo unser Controller irgendwie wieder ein bisschen Probleme macht. 32.000 im Tresor. Da kommen wir ja gerade richtig. Und ich würde gerne einmal zu unserer, ähm, unserem Versteck auf der Issa Tiborina, um unsere neuen Rekruten zu, Assassinen zu ernennen. Wir haben da ja ein paar. Die Meldung kam mir eben, als wir aus der Ruine wieder rausgekommen sind. Und ich hatte mich, ich fand die ganz interessant gemacht, die Sequenz. Also das mit diesem Bildersuchen und so war ein bisschen, ja gut, okay, war interessant. Aber jetzt nicht überragend. Diese Kletter-Mission mit den Pythagoras-Rätseln haben echt Spaß gemacht. Allerdings am Ende hieß es dann nur, okay, ist nichts für uns, gehen wir so ungefähr. Das war, als hätte man irgendwie keine Idee gehabt, wie es weitergehen soll. Als hätte man sich ein bisschen was überlegt. Okay, so und so machen wir das. Und das und das wäre dann ganz cool, aber irgendwie hat es dann an der Umsetzung gefehlt. Und da hat mir am Ende noch das gewisse Etwas gefehlt. Irgendwie wäre es cool gewesen, irgendwie so eine Montur oder irgendwie sowas. Aber irgendwie, naja. So, das I-Tüpfelchen hat gefehlt, kann man sagen, denke ich. Ui, okay, ununterbrochen Sprinten beendet. Das war so gar nicht mein Plan, aber gut. Hat scheinbar funktioniert, so. Ich bin jetzt mal ganz stumpf, hier ist ein Schnellreisepunkt. Wir reisen mal kurz zur I-Satibor-Lina. Denn wir haben ja auch noch, wenn ihr euch erinnert, letzte Aufnahme Altair's Schwertverleihe geschaltet. Und das würde ich natürlich ganz gerne mal ausrüsten. Einfach, um damit kämpfen zu können, weil es ist das mit Abstand beste Schwert im Spiel. Das hätte man ja schon ganz gerne. So, also. Eins am anderen. Wir holen uns erstmal unser Schwertchen. Man muss Prioritäten setzen. Ist hier Waffenkammer. Ist eher so Rüstungskammer. Dann haben wir hier... Ah, geil, wir haben hier... Geil, guck mal. Wir haben hier von Leonardo's zerstörten Kriegsdingern. Kriegsmaschinen. Da haben wir hier so ein Mini-Ding stehen. Hier ist das Kanonenboot. Hier ist das Maschinengewehr. Der Panzer. Und dann müsste hier logischerweise der Bomber stehen. Ja, so ist es. Geil, das hat Stil. Hier müssen wir noch ein bisschen Bilder kaufen, damit sich hier die Wände füllen. So, Waffenkammer. Waffenkammer. So, wo ist alter ihr Schwert? Wer erkennt es? Das sieht tatsächlich sehr unscheinbar aus. Deswegen... Mal gründlich gucken. Das könnte es sein. Äh, mein Controller spackt. Tatsächlich. Da oben ist es in der Seele schon. Fünf, fünf, fünf. Plus zwei Schaden. Plus ein Tempo. Plus vier Schutz. Und dieses Schwert ist ein Bastard-Sondergleichen. Also da machen wir alles klein. Jetzt vereinigen wir aber erstmal unsere Rekrutos. Der funktioniert so oder wir müssen rein und wieder raus? Wir müssen rein und wieder raus. Okay. Äh, raus und wieder rein. Ach, ich wüsste, was ich meine. Eigentlich müsste jetzt... Genau. Leia Shea-Walkan-Motlak-Berkulun-Mumkin. Die Weisheit unseres Kredos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Haben wir jedenfalls öfters gesehen, diese Sequenz. Aber irgendwie hat es ja doch was Mystisches. so diesen Altarraum zu sehen. Ist schon cool. So, dann ist erledigt. Fantastisch. Dann will ich einmal unser Kleingeld von der Bank holen. Ähm, hm, hm. Ich habe eine Auswahl an exquisiten, religiösen Unternehmen. Lassen Sie mich jetzt verbanen, Leute. Vielen Dank. Geld abheben. Über 100.000 haben wir jetzt erst mal so auf der Hand. Guck mal, 104.000. So, wo tragen wir unser Geld jetzt hin? Mir war tatsächlich das Atelier in unserer Basis hier etwas viel zu leer. Deswegen würde ich aber ganz gerne zum Maler gehen, um da mal ein bisschen shoppen. So, die Kleingeld dafür haben wir. So. Ja, kaufen wir den Engel. Sankt Michael von mir aus. Die Auferstehung Christi. Können wir machen. Und Mundkreuzigung können wir auch machen. So, Schatzkarten. Das mache ich nicht, weil dann werden die Karten so zugespampt. Die Karte so zugespampt. Das wollt ihr nicht, dass ich das mache. So, was kann man hier tun? Beutel. Hast du irgendwas Neues für uns? Hast du nicht. Okay. Fallschirme. Wieso sind unsere Fallschirme schon wieder weg? Irgendwie habe ich das Gefühl, die werden manchmal gelöscht. Kann das sein? Mir erinnert das doch schon mal. Das haben wir plötzlich hier alle... Ähm, allerdings muss alle... Boah, Mann. Controller. Aus. Alle Fallschirme plötzlich weg waren, wo ich wusste, ich habe doch alle gekauft, aber plötzlich waren die irgendwie weg. Irgendwie hat das Spiel manchmal so seine Spackungen. Dann habe ich das Gefühl. Dann rennen wir auf jeden Fall noch einmal ganz kurz zum Schmied. Und dann machen wir uns tatsächlich jetzt erstmal die Hauptmission. Ja, Reparierrüstung mal. Schadet nicht. Genau, das sind Geschäftsaufträge. Da können wir jetzt mal nicht viel machen. Wir können jetzt Waffen kaufen. Das bringt uns aber nichts, nicht viel. Gecapte Ochsenzunge, Schadentempo. Dolch. Ja, okay. Aber machen wir mal anders. Kaufen wir mal den. Und kaufen wir den. Dann haben wir den nämlich gleich ausgerüstet. Die Gecapte Ochsenzunge ist eigentlich relativ gut. Ja, das sind Geschäftsaufträge. Da brauchen wir noch einen Schrumpfkopf für. Okay. Investitionen. Wir investieren natürlich wieder. Das nötige Seingeld dafür haben wir nämlich. So. Und dann geht es jetzt auf zur Hauptmission. Ich will irgendwo, Alter, ihr Schwer testen. Irgendwo will ich das testen. Einmal hier hoch. Und wir müssen unsere Rekrutos mit neuer Arbeit versehen. Denn ich glaube, es sind noch nicht alle zu ausgewachsenen Assassinen ernannt worden. Okay, wir müssen zu den Dieben. Und auf dem Weg kommen wir an dem Taubenschlag vorbei. Das ist doch vernünftig. So. Ungefähr in die Richtung. Dankeschön. Entschuldigung. Sprinten wir einmal zu den Dieben. Wir haben jetzt natürlich noch die Hauptstory offen in dem Spiel. Und die Christina Mission. Wir werden beides machen. Ich mache jetzt aber erstmal Hauptstory. Also diese Sequenz auf jeden Fall. Und dann hoffe ich, dass das jetzt so Romulus versteckt endlich auftaucht. Dass wir endlich die Rüstung Romulus kriegen. Die hätte ich nämlich ganz gerne. Einfach auch, um das hier zu zeigen. Zeigen zu können in dem Netzplay. Ja. Das ist so ungefähr jetzt so die... Der Ablauf. Also Sequenz 7 sollte das hier sein. Romulus Rüstung. Dann Christina Mission. Dann Sequenz 8. Und fertig machen. Und zwischendurch halt immer Rom renovieren. Ist ja klar. Machen wir immer parallel. Das nötige Kleingert haben wir schon. So, hier sollte ein Taubenschlag sein. Doa isa. So, mal gucken. Was wir denn mit unseren Jungs machen können. Und vor allem, wer da noch gelevelt werden muss. Und überhaupt. Okay. Ein letzter muss noch irgendwie zum Assassinen aufsteigen. Das solltest du dich noch machen lassen. Der eine hier. Das ist der letzte Rekrut, den wir haben. Der Rest sind schon vollwertige Assassinen. Das macht es natürlich einfach. Ich suche jetzt gerade nach diesen Special Missionen, die auch Handwerksmaterialien für Geschäftsaufträge geben. Hier sowas zum Beispiel. Da würde ich den ganz gerne hinschicken. Und dann noch ein bisschen Bodyguards mitschicken, dass die Mission auch ja gelingt. Hier gibt es nichts Besonderes. Da auch nicht. Nein, ich wollte nach Köln. Alone. Da schicken wir mal jemanden. Und Quecksilber. Da schicken wir die nächsten. Ja, komm, mach. Bringt alles Kleingeld. Rollen wir mal schön in Köln auf. So. Dann sind die beschäftigt. Und wir können uns in Ruhe der Hauptmission widmen. Ihr erinnert euch ja, wir hatten ja die Heilige Drei Einigkeit, um Cesare zu endmachen. Der Bankier. Okay, die Franzosen und jetzt, ähm, keine Ahnung, wie ging es eigentlich jetzt? Das war einfach nur dieser Geliebte von Lucrezia, der uns irgendwie helfen sollte. Genau weiß ich auch nicht mehr. Das müssen wir uns erstmal in Erfahrung bringen. Auf jeden Fall erstmal zu La Volpe. Buongiorno, Ezio. Es ist Zeit, Lucrezias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene. Ezio. Gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Machiavelli? Habt ihr Beweise? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verrät sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio? Ja, wir kümmern uns drum. Das Leck stoppen. Den Angelfeld eliminieren, damit sie nicht den Standort der Diebesgilde finden. Danach der Volpe begleiten, um die anderen gefährdeten Diebe zu retten. Okay. Die Diebe werden angegriffen. Da müssen wir natürlich einschreiten. Er greift ihn! Hab ihn gefunden, Star! Hallo? Beachtet ihr mich wohl bitte? Dort das Spiel haben wir irgendwie den Aussichtspunkt noch nicht synchronisiert, was ja irgendwie nicht sein kann. Och, Controller, wirklich. Controller läuft schon wieder amok. Das muss ich da immer in der kampffreien Minute richten. Jetzt müssen wir den Kampf hier überleben. So, sehr gut. So, guck mal da. So, der Controller ist Einheit geboten. Hallo, kurz. Ja, Controller ist nicht Einheit geboten. So, den haben wir. Wer bist du denn? Ach, das ist Namenspersonen. Ja gut, kann man mit dem... Irgendwie die Spakter-Controller heute total. Ich weiß nicht, was los ist. Es ging die ganze Zeit gut. Ihr habt es ja live gesehen. Jetzt hat er wieder Probleme. Ich verstehe es nicht. Na ja. Machen wir das Beste draus. Ich kann es halt gerade nicht ändern. Nicht den. Geht aus dem Weg, Mann. Na komm her. Die. Knack. So. Hallo. Das bitte da hin und das bitte da hin. So.